und schon komme ich hier wieder pünktlich in einen live angriff rein und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem tosten ja wir gucken mal miss marple of airways hier das ist im moment unser aktueller ck gegner und es geht hier mit einem pecker smash glaube ich gegen diese base hier pecker bobert ist es nicht ich sehe keine wett spells aber ich sehe hier reichlich heilig sehe hier einen sprung zauber noch zwei fries mal sehen wie es hier jetzt weitergeht der sprung war schon mal gar nicht mal so schlechter ist das loch schon auf aber karre ist jetzt leider schon hin und die heiler sind aber genau da wo du so eigentlich haben willst nämlich in der mitte auf den peckers und auf dem bolan allerdings queen geht hier seitlich driftet ihm seitlich so ein bisschen weg hinten kannst das radhaus leider nicht weg snacken das ist ein bisschen verteidigt das reicht eigentlich so in der regel und das wird hier noch mal ganz ganz schwerer brocken vor allen dingen der richtig fiese drachen da in der mitte der ist jetzt vom na geht er jetzt noch weg vom gift nein der hat ist der hat das gerade so überlebt ok queen ist jetzt außen außen auch schon tot und ich denke mal bis zum rathaus kommen diese truppen nicht mehr denn die können sich jetzt nicht mehr gegen den drachen werden schade eigentlich auch dass die queen da wieder ihre eigenen wege geht und die pecker werden hier zwar jetzt geheilt aber doch man kann sich doch das radhaus so ein bisschen wegnehmen hat jetzt geguckt dass der bogenschützen turm hier auf die pecker damen schießt und kommt jetzt außen noch mal mit magiern die heiler sind jetzt gleich alle weg da ist aber noch der der ach das war der worden ok das war noch der worden ice golem ist noch am leben pecker noch am leben ok paar prozente gehen hier sicherlich noch aber ich denke mal sicherlich nicht so wie geplant ich weiß jetzt nicht ob hier jetzt schon angriff drauf war aber jetzt im titel gesehen analysen betreiben oder oder aber eine base oder sich normalen angriff an anschauen macht man das eigentlich immer ich mache das auch nicht immer muss ich sagen aber im vorletzten ck glaube ich ist es gewesen habe ich das denn auch mal gemacht und habe mir mal länger an der base angeschaut hat mir mal länger angriffe angeguckt um so vielleicht dann doch noch den letzten stern rauszukitzeln und wie mir das eigentlich gelungen ist tatsächlich es ist eher selten deswegen nämlich nehme ich das mal auf bevor es mir dann raus läuft gehen wir einfach mal rein in den vorletzten ck denn hier steht es ja ist noch alles offen hier ich habe noch ganz ganz viele angriffe selber auch auf und das war glaube ich in diesem klankrieg hier und auf die nummer sechs glaube ich war schon ein angriff drauf ich muss mal eben schauen wer hier die sechs eigentlich schon einmal angegriffen hatte das war ja das war der max hier mit einem mit einem stern ist aber nicht so schlimm denn er hatte so eine ähnliche armee genommen wie wie ich sie genommen habe beziehungsweise zumindest hier der anfang ja der anfang war für mich sehr interessant ich meine ihr seht das hier box space auf rathaus 11 ist immer noch sehr sehr beliebt aber es ist auch sie ist ganz gut zu knacken je nachdem der max ist ein guter angreifer hier und wenn ihm dann mal nur ein stern gelingt dann ist irgendwas schief gelaufen aber gucken wir mal das was mich schon interessiert hat ist dass er ja auch jetzt hier mit den drachen funnelt also mit den elektro drachen hier versucht ein funnel zu schlagen und er bringt beide elektro drachen einfach raus und hier hinten sind keine minen das sind keine einzige mine ausgelöst das war schon für mich so ein bisschen so ja da geht bestimmt was da geht bestimmt was und wenn ihr den elektro drachen hier auf der seite seht der hat hier erstmal so gut wie ganz ganz wenig beschuss da kommt jetzt eine mine raus und jetzt geht sie mit der karre allerdings mittig rein und der elektro drachen macht oder kriegt eigentlich relativ viel raus hier geht jetzt ein kleines stück auf die queen aber hält jetzt auch inne ja und jetzt können deine truppen muss man fairerweise so sagen das ist leider so die gehen nach außen die gehen nämlich erstmal auf die nächsten gebäude oder defensiv verteidigung die in ihrer nähe sind die nicht hinter einer mauer sind und hier hinter der mauer ist einfach mal nichts im moment ja da deswegen gehen die auch nicht rein alles ist viel viel näher hier die kanone die kasernen alles viel viel näher als dieses zeug hier also die lager der adler und deswegen gehen vor allem die helden alle nach außen erstmal nicht so schlimm erstmal nicht so schlimm kann man immer immer noch mit leben karre geht jetzt allerdings gleich schon auf beziehungsweise ist jetzt schon auf weil küren waren da drin und er hat das ganze hier auch ich muss mal gleich mal glaube ich doch mein fenster zu machen hier hört das glaube ich dass es die ganze zeit zu schlägt hier ist es heute nämlich ziemlich windig und jetzt geht aber der elektro drachen auch kaputt und er kommt jetzt von der seite mit dem king das heißt also mit dem gegnerischen king in diese base rein und ja hier ist einfach noch ein bisschen viel verteidigung queen ist nicht mehr nicht mehr vorhanden und so bleibt das hier bei einem stern denn die hog rider überleben hier nicht wirklich das habe ich mir so ein bisschen zunutze gemacht habe mir den angriff öfter mal angeschaut aber nur den anfang weil ich wollte diese base nicht mit hox machen ich habe die tatsächlich mal mit einer truppe gemacht die ich sonst schon nehme aber nicht unbedingt um drei sterne zu erreichen also haben wir hier gescoutet wir haben übrigens sehr sehr viel gescoutet muss man sagen was heißt gescoutet also analysenbetrieben immer mal wieder geguckt wo schon angriff drauf wo kann ich noch was drauf holen wie ist der anfang wo sind die bomben welche armee kann ich nehmen nämlich eine andere weil ganz viele luftfallen da sind nehme ich dann eher etwas mit boden angriff oder andersrum habe ich sehr sehr viele sowie hier sehr sehr viele skelette an der hacken auch noch nimmt nehme ich dann eher lieber einen luftangriff weil die bodenskelette ja da muss ich schon zwei gift zauber mitnehmen er hatte jetzt nur ein einzigen hier mit nämlich sein auf level 5 ich meine ist ein rad aus elfer aber gar nicht mal so schlecht also auch wenn es nur ein stern ist es gar nicht mal so schlecht ich sage das ganz bewusst denn für den nächsten angreifer der die analyse betreibt kann das ein bisschen besser werden und das kommen uns auch an denn ich war ja selber an der sechs gelistet ihr seht das hier sechs auf sechs das ist eigentlich auch nicht meine art wenn es nicht anders geht dass ich mein gegenüber angreife aber ihr habt gesehen ich habe meine kleine analyse betrieben gerade das eck hier oben um dieses erste quadrat oder um dieses erste compartment hier wo die queen ist adler ist und auch die lager sind sind erstmal von luftfallen relativ verschont die luft abwehren sind auch sehr sehr mittig hier das heißt also außen wenn ich jetzt außen erstmal ein bisschen was weg machen mit luft dann kommt da nicht ganz so viel was da auf mich ballert hier hier außen auch nicht denn das ist alles boden komplett hier hinten ist der erste bogenschützenturm und der macht jetzt auch nicht so viel schaden also die 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 magier türme und ich habe meinen mein king und meine queen hier zum funneln genommen gehen wir wir starten einfach mal rein ich habe genauso gestartet wie der max eben das heißt also ich konnte ja jetzt hier meine mein elektro drachen hier ziehen ich habe aber nur den eingezogen ja denn der macht mir dass der haut hier alles raus er haut ja alles das raus was ich gerade markiere hier ok den entfernung noch nicht aber der haut mal alles raus und auf der anderen seite damit ich dieses quadrat hier relativ frei bekomme bin ich mit meinen beiden helden hier reingegangen um hier den funnel vorzubereiten so muss man sagen denn um den funnel vorzubereiten der gelingt mir auch nicht immer hier hatte ich irgendwie dann doch doch mal so den gedanken könnte ja mal was klappen und also king hier außen gesetzt queen schön dahinter der king tankte für meine queen und ihr seht dass hier der elektro drachen erster schuss auch schon auf die queen aber die queen geht noch nicht auf den elektro drachen das natürlich super und jetzt geht es hier für den elektro drachen weiter der hat jetzt nur ein bisschen beschuss einix bogen ein bogenturm und da ist er weg und er macht immer noch hier oben halt einfach weiter die queen macht oben jetzt noch das lager und die gegnerische queen und will jetzt sogar durch die mauer durch das war natürlich top für mich und jetzt habe ich dieses kompartment hier ihr seht das komplett frei ich habe es jetzt komplett frei jetzt kann es natürlich sagen okay jetzt komme ich von irgendwo hier rein nein denn wenn ich jetzt meine loons droppe und meinen slammer der slammer geht auf verteidigungsgebäude das muss man immer immer mal wieder sich vor augen halten hier ist das nächste verteidigungsgebäude für den slammer und auch für die loons die ich immer davor setze die drachen können erstmal nur hinterher fliegen die machen ja schaden auf alles und deswegen habe ich hier meine loons genommen slammer mit rein und dahinter die elektro drachen und ihr seht das jetzt schon die werden jetzt hier absolut gnadenlos richtung mitte fliegen also da wo natürlich hart verteidigt ist der fehler hier ja der war mal wieder ein bisschen böse aber ich habe hier etwas gefrostet nämlich ein bisschen die klaren buch und ich glaube ich habe eine luftabwehr mit mit rein bekommen in den frost worden zündung jetzt relativ früh weil ich mein slammer vor allen dingen noch am leben halten wollte dort sind auch noch mal uns drin und ihr seht wie lange der slammer hier überlebt in der mitte habe ich jetzt keine luftabwehr mehr das heißt also ich habe nur noch normale defense die auf meine drachen schießt außen habe ich noch ein bisschen was versucht mit einem loon aber ist mir auch nicht gelungen queen lebt noch ganz der worden ist noch komplett komplett da und ihr seht das jetzt ist mein slammer aufgegangen und ich habe immer noch ich glaube es sind vier elektro drachen hier in der base die loons hier in der base und ich habe auch noch relativ viel zeit gehabt also ich hatte hier auch keine zeitnot die gebäude stand hier eigentlich an nicht nicht ganz perfekt für meine elektro drachen aber es springt schon einiges über einer geht jetzt schon mal außen rum das natürlich das war super hier dann hatte ich kein zeitproblem denn ihr seht die sind ja doch ein bisschen langsamer und so werden das hier natürlich super drei sterne ich denke mal das gelingt mir auch nicht immer auf so starke ratus elf bases und erst recht gelingt mir so ein funnel nie so gut oder aber ich gucke mir die wiederholung nicht an und schicke dann truppen rein wo du dann manchmal denkst wieso hast du das jetzt gemacht was war denn eigentlich in dem angriff vorher hast warum hast du nicht geguckt wieso kommt kommt da jetzt eine mine raus oder sowas und wenn du dir da mal eine wiederholung anguckt und mal ein bisschen kleine analyse betreibst dann der worden macht sie übrigens der worden haut den einbogen schützen turm der war aber schon angeschlagen jetzt noch weg wenn ein bisschen analyse betreibt dann wird werden sicherlich solche angriffe etwas und wir haben hier den den klang krieg auch relativ hoch gewonnen muss man sagen ich hatte mir aber noch einen rausgepickt auch noch mal elf auf elf billy auch auf eine ja eher altertümliche base so will ich mal sagen aber auch max der billy ist noch nicht ganz max 4 level fehlen noch am king und mal sehen wie er das hier gemacht hat mit minern auch nicht schlecht also auch hier muss an irgendeiner stelle gefangelt werden mal sehen an welche stelle er das macht er baust erstmal so ein bisschen das lager hier weg mit dem einen bowler das heißt also der bowler bekommt überhaupt keinen beschuss und kann hier jetzt ja dieses lager wegbauen nennt man eigentlich so das heißt also der der stein baust so ein bisschen bisschen weiter noch auf eine andere defense aber hier sollte das lager jetzt weg sein da seht ihr schon der funnel ist jetzt schon mal geschlagen die heiler kommen hier jetzt gerade so noch zeitlich raus jetzt hat er allerdings hier auch fette lager und auch schon mal ziemlich netten king vor sich aber wo zauber und die clanburg war natürlich zu locken klar die kommt sehr sehr früh der loon musste weg und der drachen sollte denn auch kein mal schießen denn der macht schon ziemlich viel schaden auch an einer 50er queen da ist er weg der macht noch mal ein bisschen schaden jetzt wenn er kaputt geht aber hier haben wir jetzt auch das was wir eigentlich sehen wollen wir wollen eine queen sehen die schon mal die clanburg macht macht schon mal ein inferno hier und macht dann sicherlich so ein bisschen weiter und jetzt müssen ja irgendwann mal die miner kommen sonst hat es ein zeitproblem mit minern hat man leider immer so ein kleines zeitproblem und mal sehen von welcher seite er jetzt hier mit den minern noch reinkommt ob er jetzt hier von unten kommt oder ob er sich jetzt mit der karre hier in die base schickt die karre geht natürlich erstmal richtung des rathauses oben noch troll tesla auf zwölf und ja ich bin jetzt echt mal gespannt von wo er das schickt eine minute 15 noch na das ist dann immer da muss man immer ein bisschen auf die uhr gucken wenn man das so macht hier und wir gucken mal einfach mal ein bisschen weiter ich habe jetzt gerade mal die gunst der sekunde genutzt und habe hier die fenster zu gemacht die schlagen die ganze zeit dran also jetzt kommt der meiner partner muss noch ein bisschen auf die uhr gucken aber die meiner kommen hier jetzt auch und können schön diese bahn nehmen das sind ja so sowie wie wieso schwimmen bahn die man einfach so ab abzieht hier außen der king das nicht noch mehr meiner nach außen gehen auch gut gemacht hier an der stelle dann 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 bleiben die die ganze zeit in der base jetzt geht auch der adler endlich kaputt wie macht er das rathaus jetzt sind unter seine queen schon damit ein bisschen mehr truppen in der base hat da kommen jetzt natürlich ein paar bomben okay tornado falle auch noch aber ich glaube auch an der stelle hier schöner elf auf elf angriff und so sieht das eigentlich ganz 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 gut aus so kann man das machen und ich habe mir schon gedacht dass er die jetzt in die oder mit der karre hier rein schickt beziehungsweise kurz danach und so sind das auch hier an der stelle echt super drei sterne also ein bisschen analyse betreiben mal gucken was macht mein vordermann bzw was hat mein teammate gemacht ok ein stern zwei sterne und wie kann ich das ein bisschen verbessern das sind dann das sind immer so die kleinigkeiten ich achte da auch nie so wirklich drauf muss ich sagen denn auch meine angriffe sind oftmals so ein bisschen aus dem bauch raus mit ein bisschen planung gar keine frage aber 56 43 das war schon sehr sehr deutlich einige wurden hier gar nicht angegriffen kelly nicht avatar nicht und auch hier im unteren bereich alex hat noch gehalten naiklisch das sind noch zehn und neuner hier noch offen der ober ist ein rathaus 9 und das war schon ziemlich dominant ich bin mal gespannt wie es hier bei den herausforderern weitergeht aber ich hoffe ihr fandet immer schön ihr guckt euch auch mal ein paar wiederholungen an wenn sie denn noch da sind manchmal sind sie auch weg das ist immer sehr sehr unglücklich im klaren krieg wenn die wiederholung da nicht da sind du willst eine schauen aber sie ist nicht mehr da ist natürlich sehr sehr schade ich bin in jedem fall in dieser woche vermehrt für euch da ich hoffe das ganze was ich jetzt in der letzten woche vor allem gemacht habe mit den vielen live streams gml dc also discord meisterschaft und so weiter hat euch ganz gut gefallen und wir können das ein bisschen mehr machen ich freue mich habe mich auf jeden fall unheimlich gefreut dass ich solche sachen auch mal für euch festhalten kann und nicht nur ich nenne es mal so aus den klaren zieht natürlich habe ich immer wieder ein ck für euch oder ein paar klaren kriegs angriffe aber ich denke mal ich bin jetzt nicht so der taktik fuchs wie es andere sind und wenn ich da mal ein 3 erhole dann kann ich den euch auch ruhig mal zeigen auch mit dem ratus 11 4 ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ja dann lasst man am ende einen daumen nach oben da abonnieren des kanals nicht vergessen und dann sehen wir uns in dieser woche mit weiteren folgen let's work show fans mit mir im torsen bis dahin euer toto flasht